Hallo und herzlich willkommen zu den besten 8 Beamern unter 200€ in 2019. 8 coole Beamer für das Heimkino zu Hause, zum Zocken, Serien gucken, aber auch zum Beispiel um in YouTube herum zu surfen und vieles mehr. Nach dem Video wirst du wissen welcher Beamer am besten zu dir persönlich passt. Lass uns also direkt mit den 8 besten Beamern unter 200€ in 2019 beginnen. Als erstes haben wir den Elefas Beamer. Dieser sorgt für ein 1080px Bild und einer Bildgröße von je nach Abstand zur Leinwand 44 bis 200 Zoll. Mit einer verbesserten LED Lichtquelle sind besonders helle Bilder mit einem hohen Kontrastverhältnis möglich. Den Fokus und die Schärfe des Bildes kannst du hier einfach und schnell an dem Regler anpassen. Außerdem sind hier Stereo Lautsprecher verbaut, welche dir klaren Sound liefern. Und das Gerät selber ist bei der Projektion auch sehr leise, sodass du auch nicht gestört wirst. Der Elefas Beamer kostet 185€ und ist absolut empfehlenswert. Als nächstes haben wir den Apeman Mini Beamer in der Farbe schwarz. Dieser ist dank seiner kleinen Größe auch ideal zum Mitnehmen auf Partys oder Camping geeignet, natürlich aber auch für zu Hause. Auch hier hat man eine 1080px Full HD Auflösung mit einer Projektionsfläche von bis zu 100 Zoll. Hier ist ein Akku verbaut, mit dem du voll aufgeladen einen gesamten 2 bis 2,5 stündigen Film anschauen kannst. Der Projektor lässt sich aber auch als Powerbank verwenden, um zum Beispiel dein Smartphone aufzuladen. Dieser Apeman Mini Beamer liegt preislich bei 199 Euro und bietet eine sehr flexible Möglichkeit für das Heimkino. Dann haben wir den Wanku Laser Beamer. Du hast hier eine Projektionsgröße von 44 bis 200 Zoll bei einer 1080px Full HD Auflösung. Diesen bekommst du mit einer Tragetasche zum Transportieren. In dem Beamer sind auch hochwertige Stereo Lautsprecher verbaut und auch das Kühlsystem ist hier sehr fortschrittlich. Der Wanku Laser Beamer liegt preislich bei 179 Euro. Kommen wir direkt zum nächsten und zwar dem Wambo Mini Beamer. Dieser hat eine hochwertige LED Beleuchtung, die für eine besonders intensive Helligkeit sorgt. Und er ist zudem auch noch Full HD mit einer 1080px Auflösung. Die Projektionsfläche beträgt hier 44 bis 200 Zoll und du bekommst zu dem Beamer noch eine Tragetasche plus Fernbedienung dazu. Und der Wambo Mini Beamer kostet 139 Euro. Als nächstes haben wir einen etwas anderen Ape Man Mini Beamer und zwar diesmal in Weiß. Dieser arbeitet sehr leise und hat eine hervorragende Klangqualität. Du hast hier eine 1080px Full HD Auflösung mit einer Projektionsgröße von 30 bis 200 Zoll. Hier kannst du auch ganz entspannt auf Netflix oder YouTube gehen oder eine Runde Playstation, Xbox oder Nintendo zocken. Dieser Ape Man Mini Beamer liegt preislich bei 139 Euro und ist auch absolut empfehlenswert. Dann haben wir den Vimi US P18 Beamer. Die LED Lichtquelle ist hier überdurchschnittlich gut und sorgt für ein wunderschönes Bild mit besten Kontrasten. Du hast hier auch eine 1080px Full HD Auflösung mit einer Projektionsgröße von 50 bis 200 Zoll. Der Beamer hat HiFi Stereo Sound Lautsprecher für eine hochwertige Soundqualität und er verfügt über einen effizienten Überhitzungsschutz. Der dunkelgraue Vimi US P18 Beamer liegt preislich bei 179 Euro und ist auch absolut empfehlenswert. Als vorletztes haben wir den weißen Top Vision Beamer. Dieser hat eine Projektionsgröße von 32 bis 200 Zoll bei einer 1080px Full HD Auflösung. Hier sind auch Lautsprecher eingebaut und der verbaute Lüfter stört auch nicht. Auch hier schützt das Kühlsystem den Beamer vor einer Überhitzung. Und der Top Vision Beamer kostet nur günstige 95 Euro. Als letztes haben wir jetzt noch den ProYank Beamer, welcher eine 1080px Full HD Auflösung und eine verbesserte LED Lichtquelle hat und über eingebaute Stereo Lautsprecher verfügt. Auch ein sehr lohnenswerter Beamer für günstige 110 Euro. Das waren meine besten Beamer unter 200 Euro. Hier kannst du nochmal die Preise der Beamer vergleichen. Wenn dir das Video weitergeholfen hat, lass gerne ein Like und ein Kommentar da und vergiss nicht zu abonnieren. Auf diesem Kanal hast du nämlich immer den Überblick über die aktuell beliebtesten Technik Bestseller. Wenn du dich sonst noch für Bluetooth, In-Ear-Kopfhörer oder 4K-TVs interessierst, kannst du hier auf diese Videos klicken. Dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Video. Ciao!